Hallo Leute, Super Mario Lufus hier und heute merke ich mich zurück zu einem neuen Division 2 Video und zwar wird es heute um die morgen stattfindende Serverwartung gehen. Ihr habt richtig gehört, morgen werden die Server wieder runtergeschalten und das hat auch einen freulichen Grund, denn es sollten die Probleme behoben werden, die mit dem letzten Patch ins Spiel gekommen sind. Also die ganzen Deltas, die man jede 10 bis 20 Minuten hat, die Ressourcen, die man nicht mehr gesehen hat und auch die Talente, die umgerollt worden sind vom Spiel selbst. Das sollte alles morgen wieder behoben werden. Sie haben gesagt, von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr drei Stunden, also wie immer wird es die Serverwartung geben. Mal schauen, das hört sich ziemlich komplex an, die ganzen Probleme, was es hier gibt, ob sie das wieder schaffen in drei Stunden. Ich bin mal gespannt, aber ja, ich hoffe ab morgen, dass das Spiel dann wieder mehr spielbar ist, weil die Deltas waren einfach ein Wahnsinn, speziell in der Dark Zone. Ich kann es euch gar nicht sagen, die Leute sind auf der Stelle gestanden, die ganze Zeit oder einer von der Gruppe hatte Delta, dann spawnte auf einen anderen Server. Aber das mit den Ressourcen war zwar auch, sag ich mal, nervig, weil man es nicht gesehen hat, aber wenn man was craften wollte, dann sah man, welche Ressourcen man gebraucht hat. Aber mit den Deltas, das hat den ganzen Spielspaß verdorben, man war in der Mission drinnen und schon wieder raus, man musste wieder von vorne beginnen. Ja, man kann nur hoffen, dass das morgen jetzt wirklich behoben wird und das Spiel dann morgen wieder spielbar ist. Ich wollte euch da nur updaten, also ab morgen die Talente und auch die Deltas sollten weg sein. Ich glaube erst, wenn ich daran sehe, also ich glaube erst daran, wenn ich sehe, weil man hat das schon oft gehört, sie fixen irgendwas und meistens sind da mehr Fehler ins Spiel gekommen, als was sie beheben wollten. Ja, jetzt bin ich gespannt, was sagt ihr dazu? Glaubt ihr, werden sie morgen die Fehler beheben oder sagt ihr auch, wahrscheinlich wieder mehr Fehler ins Spiel kommen, als was sie beheben? Wie war es bei euch mit den Deltas? Habt ihr viele Deltas, so wie ich, überall? Oder sagt ihr, ihr habt Glück und das tritt bei euch nicht auf? Ich bin gespannt. Das soll es jetzt von mir gewesen sein. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und haut rein. Ciao, ciao!